So Leute, jetzt barzen wir das mal an hier. Ihr als Motorradfahrer, ne? Du kennst das auch, oder ne? Moin Moin, ich bin's wieder. Wahrscheinlich kennt ihr mich noch. Aus den alten... Sachen, die ich so gemacht hab, ne? Kai, hast du da was reingemacht? Was hab ich? Ich muss erst mal das Gras schneiden. Hast du da ein bisschen Wodka reingekippt? Kai? Dein Becher steht da hinten. Nee, das ist hier, hier, äh. Nee, 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 vergiss es. Der Becher ist von Dave, Dave hier. Das meine ich, ja. Ja, und warum willst du da angreifen? Bist du krank, oder was? Und, äh, ich hab ein Problem. Bei mir wurde eingebrochen. Mir haben sie in ne Fresse geschlagen. Mir haben sie Rippen gebrochen. Die haben alles gemacht. Die alten Hohensöhne. Die mach ich fertig. Und das gibt Rachel. Aber Blutrache gibt's das. Sowas wird nicht vergessen bei uns. Wir sind die KTM-Gang und fertig aus. Ich will da doch nicht angreifen. Ich hab nach dem da gezeigt, da. Ja, aber das ist doch nicht dein Becher. Doch. Oh, nein, Deiner ist da. Oh, Gott. Sag mal, äh. Junge, was für ein Donnerbänder, äh. Ach, und das ist da, ich für Brüse, ne? Ja. Wir brauchen jetzt erst mal ein, ey. So wie die Brüse. Einmal ein, ey, du. Ne? Und das hier? Wo? Das hast du doch alles gar nicht kaputt gemacht. Na, brauchen wir oben hier. Das ist ja alles vorbereitet. Ich war das da. Nimm mal die Hände da weg, mein Kollege. Ja, das ist ja geizig, äh. Geizig ist er. Äh, geizig nicht, äh, äh, gierig. Yoshi, du bist gierig. Ja, du auch. Ich wollte ihm nur zeigen, wie er das machen sollte. Ach ja, du bist ja der Oberkaffee, äh. So, meinen Freund, Berg und ich. Ja. Das war kein richtiger Streit. Wir haben keine Meinungsverschiedenheit gehabt, aber mit ihm kann ich durch dick und dünn gehen. Der hältst du mir, ich halte zu ihm. Lass du mal ein Wort dazu, komm. Ja. Was, Jo? Ja, soweit wir uns kennen, bestellen wir uns gerade gut. Ja, das machen die ja sowieso im Moment ständig. Ja, Ort, lass sie doch. Die anderen Leute sind mir doch scheißegal, Mann. Ja, mir auch. Wenn die nichts zu lästern haben, erfinden die was. Das ist mir kackt. Egal. Und, brennt das? Ja, sicher. Ja, und du hast gesagt, du schenkst mir das. Nein. Hast du gesagt? Ich hab dir eben gesagt, dass sie nur geben tun. Du hast gesagt, du schenkst mir das. Nein. Du alter, ich scheiß Ossi, ey. Ey, du wolltest gar nicht aufsehen. Ey. Wolltest du mal Halsschauen? Mensch. Willst du da mal auf? Du hast gesagt, du borst, Mann. Da war ich nicht, Mann. Ja.